So, jetzt in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man an dem neuen LG G2 die SIM-Karte einbaut. Dazu holen wir jetzt mal hier den Schlüssel raus. So, hier haben wir den Schlüssel, packen wir diesen mal aus. Wir haben hier so einen kleinen SIM-Karten-Schlüssel dabei, oben links so ein kleines SIM-Karten-Fach. Hier kann man dann den SIM-Karten-Schlitten ausbauen, dann kommt hier die Micro-SIM-Karte rein. Hier oben ist dann so eine Aussparung, so die SIM-Karte einlegen, dass es dann mit der Aussparung übereinstimmt und dann wieder hier in den Schlitten einfahren. So, die SIM-Karte ist drin, hier hinten den Knopf drücken, um den Bildschirm zu entsparen. Jetzt sollte er eigentlich nach der PIN-Umer fragen. Jetzt kommt keine PIN-Abfrage. Jetzt schalten wir das Gerät jetzt einfach mal außen ein. Jetzt schauen wir mal, ob beim Einschalten dann die PIN-Abfrage kommt. So, jetzt kommt die PIN-Abfrage. PIN Nr. 7025. So einfach geht das. Aber bei dem Gerät habe ich jetzt eben festgestellt, das muss man dann tatsächlich außen einschalten. So, das war es dann auch schon zu meinem Video. Hier oben links in der Ecke kommt dann die SIM-Karte rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.